Eine Besonderheit in meinen Coachings ist das Monatscoaching und zwar für 99 Euro im Monat hast du die Möglichkeit, dass wir einmal in der Woche miteinander direkt uns auseinandersetzen. Ich bekomme Videos von dir, wie du trainierst und sage dir, was ich über die Intensität denke, was ich über die Übungsausführungen denke und wir steigern uns dort jedes Mal. Ich sage dir, hey, pass auf, mehr Wiederholung oder weniger Wiederholung oder mehr Gewicht oder geh weiter runter oder du machst die Übung völlig falsch. Hier, so siehst du, wie man es richtig macht, dann kriegst du Videos von mir, wo ich dir die Übung vorstelle und zeige, so wird sie richtig ausgeführt. Ich kriege von dir ein Foto auf der Waage, ein Foto vor dem Spiegel, du kannst den Kopf immer abschneiden, ich brauche nur den Body. Es geht halt darum, dass ich sehe, okay, was entwickelt sich bei dir und wo stagnierst du und das Ganze einmal die Woche. Vorher wird natürlich im Vorfeld gesprochen über Training, Ernährung und Supplemente und dadurch, dass ich dich jetzt jeden Monat betreue und begleite, hast du nicht die Möglichkeit, weiter rumzudümpeln. Das Ganze ist kein Abo, also du kannst jeden Monat für sich abschließen und immer 99 Euro pro Monat. Mein Coaching einmal die Woche mit dir.